Herr Tobias Greilich aus Ortenberg in Hessen. Bereits vor zehn Jahren begleitete der heute 25-jährige Student seinen ersten Hilfstransport nach Bosnien-Herzegowila. Unter seinem Vorsitz wurde die Aktion mit dem Namen Hessen hilft bekannt. Seit dieser Zeit unterstützt er die Menschen in dieser Krisenregion auch durch das Sammeln von Geld und Sachstellen.